Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir nehmen hier mal das Zufallskit vorab, weil nachher vergesse ich das noch. Und zwar habe ich mir heute eine Videoidee überlegt und zwar nennt sich die ganze Challenge Neue Runde, Neues Kit. Falls euch die Idee von dem Video gefällt, würde es mich mega, mega freuen, wenn wir am ersten Tag schon die 3,6 Likes knacken würden. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Bedeutet, wenn ich jetzt mit dem Kit sterben sollte, wir haben einfach das Tank-Kit bekommen, wie cool. Bedeutet, wenn ich jetzt sterben sollte, müsste ich mir ein neues Kit nehmen, welches ich auch noch nicht hatte. Bedeutet, ich dürfte dann mir nie wieder das Tank-Kit nehmen und muss in dem Fall, also ich werde natürlich alle Runden zusammen. zusammen schneiden bzw. cutten, ist ja dasselbe. Und dann muss ich nämlich versuchen, also mit dieser Challenge bzw. Idee, neue Runde, neues Kit, in dem Fall mir ein neues Kit nehmen, welches ich noch nicht hatte. Bedeutet, ich darf mir keinen Tank-Kit nehmen leider. Ist jetzt leider schade, aber wir haben relativ geilen Stuff, würde ich mal behaupten. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich würde sagen, wir trinken hier den Feuer-Resi dran. Der Typ geht wahrscheinlich in die Mitte, oder? Jo, sieht so aus. Dann gehen wir ja auch mal in die Mitte und versuchen hier die Leute zu natzen. Soll eigentlich relativ gut klappen. So, ich springe mal hier eben rüber. Erst dann hier eben den Goldapfel, weil ich denke mal hier in der Mitte werden noch ein paar Sachen sein. Oh mein Gott, ihr hattet das, wusste einfach. Das ist auf jeden Fall Premium an der Stelle. Oh mein Gott, wir haben so viele Gaps. Denn die Runde, alter, erste Runde, erst bei der Challenge und direkt wahrscheinlich ein richtig easy Winner an der Stelle. Der ist da einfach nach oben gegangen. Was bist du denn für einer? Ich würde sagen, wir machen uns hier mal ein Dia-Schwert. Und dann würde ich sagen, tun wir das dann noch enchanten. Weil in der Mitte hier ein schöner Enchanter ist. So, dann machen wir jetzt auch noch eine Rot. Ups, jetzt habe ich zu viel gesetzt. Halb zu schlimm. Wir haben ja genug Coppaps noch am Start. So, perfekt. Dann würde ich sagen, tun wir hier die Gaps rein. Dann tun wir gleich noch enchanten unser Schwert. Ähm, wow. Achso, stimmt. XP-Bottles. Perfekt. Und dann können wir unser Schwert enchanten. Auf Schärfe und perfekt. Und wir haben eigentlich mega das krasse Equip an der Stelle. Nochmal einen Schubzahn. Den haben wir aber schon. Wo ist der hin? Lolli, ist einfach jemand gestorben. Der ist einfach von oben runtergefallen. Du Armer. Oh, das tut mir mega leid. Wir haben einfach 10 Goldäpfel in der Runde. Das ist ja mal mega krass. Bin auf jeden Fall echt gespannt, wie er sich anstellen wird. Ich will ihn so ein bisschen trollen, als würde ich nicht aggressiv auf ihn drauf. Weil ich möchte, dass er meint, dass er richtig scheiße sind. Hat er irgendwas mit Rückstoß? Könnte er gut möglich sein. Aber wir bauen das mal über ihn drüber. Und dann sollte das klappen mit unserer guten Rot. So. Er hängt einfach. Loll, was geht denn bei euch ab, Jungs? GG. Loll, das ist ja richtig langweilig die Runde. Jungs, ihr müsst das gescheit spielen. So. Da ist der letzte Gegner. Ich würde sagen, Ende Pörle und los geht's. Oh mein Gott, ich kriege nicht die Pommes. Ja, Leute, GG an der Stelle. Wir haben einfach getenhardet. Die Runde war mega, mega cool. Ich hoffe, euch hat die gefallen. Ich würde sagen, wir versuchen die Challenge so jeden zweiten Tag zu bringen auf meinem Kanal. Und dann würde ich sagen, haut rein. Euer Bambler. Bis zum nächsten Video. Und schreibt mir, wie gesagt, immer Challenge in den Kommentaren. Tschüss. 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 Tschüss.